Wir lieben den Kunstpalast, total geil, einfach locker, draußen total geiles Wetter hier drin, obergeile Architektur und Kunst, mega top. Wir können das nur weiterempfehlen, egal wo das Video irgendwann mal, irgendwie jemand zu Besicht bekommt. Hammer, einfach nur für jeden aus Deutschland oder NHW oder Düsseldorf einfach mal herkommen, gucken, machen, reinkommen und los geht da, perfekt, einfach mal vorbeikommen.